Und ein Staub. Und Grünzeug. Hunger. Danke. Oh, oh, Wecker. Ich werde da nicht vielleicht auch weg. Ich bin es auch kalt. Wenn du so ein Packer da rum, Gras, was... Jetzt steckt es in der Wand. Was macht das da? Das schämt mich. Ich bin komisch. Ist da eine Höhe das? Mit dem komischen Schmied das? Das spuckt. Ich bin vielleicht die Option Passenger. Aber ich bin glücklich, dass es nur das Auto hinter mir ist. Ja. Nichts, ja. Gut. Du bist in der Nähe von der Wand. Ich bin das Auto, der sich überrascht. Ich bin das Auto mitgebracht. Ich bin der Eure Katzengericht. Ich bin der Eure Katzengericht. Das ist ein Zug. Oh oh. Oh oh. Die Ausstattung kann ich mir hier. Ist das aber nicht? Natürlich. Wie? Tiffi! Tiffi, ich klebe vorne. Was? Du hast mich überfahren. Entschuldigung. Entsetzt du noch mal zurück, um sicher zu gehen. Aurelia! Hey! Sie merkt, dass es mit dem Windegleis nicht hinhaut. Was machst du da? Ein Pfad der Zerstörung. Das ist ein Rebell! Tiffi? Ja! Ich verraten dir besser nicht, dass das Ding auch noch verraten wird, oder? Eigentlich, das müsste sie wissen. Nicht, dass der Abgrund... Das ist der Abgrund, Steffi! Oh, immer lebt alles! Ich habe immer eine von denen, die ich überfahren wollte. Ich habe immer eine von denen, die ich überfahren wollte. Ich habe immer eine von denen, die ich überfahren wollte. Und das ist die Abgrund, die ich überfahren wollte. Und das ist die Abgrund, die ich überfahren wollte. Es ist die Abgrund, die ich überfahren wollte. hier ist ein Abgrund, die ich überfahren wollte. Aurelia wird! Es ist die Abgrund, dass ich überfahren muss. Oh Oh Okay, also fällt der Punkt bei euch auch einfach so hoch. Oh ja, da kam der her, genau. Ja, keine Ahnung. Einfach da. Das wird jetzt ausschließen. Jetzt wird es sag's. Oh ja, das ist Maria. Ja, schieß doch nicht da drauf. Wollt's beschleunigen? Nicht, weil ich daneben stehe. Ist ja nicht daneben. Ich bin nicht die ewigste Bauern. 50 Schuss mal erziehen. Oh, da kommt ein Konvert zu uns. Ah, ja. Okay, wir haben verdient. Okay, bist du ausgestiegen? Ja. Also der kommt eh hier hin und dann... Ich bin lieber von der Mini da raus. Ja. Ich bin lieber von der Mini da raus. Oh, das ist ja gewissen, wenn ich genau drauf bin. Ja, das ist ja gewissen, wenn ich genau drauf bin. Wir haben unsere Autos kaputt. Hier ist überhaupt nichts. Ja. Ich bin den Jungen wieder mit. Nicht, dass wir dann Seitenlager haben. Äh, das wäre zu schwer. Ich bin Schwimmer. Oh je. Das war einfach. So rennte ich einfach rum. Sie sind mit uns. Sie sind mit uns. Sie sind mit uns. Obni nicht. Sie sind mit uns. Und das Steffi-Verfahren. Obwohl du voll dran vorbei bist. Er bei mir auch nicht. Ich nehme das jetzt auf Steffi und dann zeige ich dir das Video. Danke.